Hallo und herzlich Willkommen bei Subnautica. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit was bauen und habe dauernd auch vergessen. So, jetzt habe ich es, glaube ich. Die Batterien gehen ich echt schnell jetzt leer. Wo habe ich den Kupfer? Ich brauche ja eine Ordnung. Ich habe keine Ordnung mehr. Da habe ich kein Kupfer mitgenommen. Das würde mir nochmal passen. Kupfer 1. Okay. Gut, dann haben wir wenigstens eine Energiezelle. So, da ist sie. Ah ja, da gehen 1000. Das ist fünfmal so viel. Okay. Da habe ich noch eine mit... Genau, die wechseln wir jetzt aus. Das ist natürlich ein Unterschied. Gut, jetzt schaut es eigentlich ganz okay aus. So. Hier drüben habe ich gerade durchgeschaut. Da habe ich eine ausgewechselt. So. Und was ist es dann bei Batterien? Moment. Ach, da bräuchte ich auch einen Kupfer jetzt. Okay. Habe ich echt nur noch den... Ah ne, da habe ich noch ein paar Juni und Kristalle. Denke ich mir doch. Gold, Titan... So, machen wir da mal außerirdisches Zeug wieder rein. So wie es sich gehört. Das da, genau. Außerirdisches Zeug. Die Energiezellen kommen da rein. Batterie auch einmal. Oh, der Kaffee kommt da rein. Genau. So. Was haben wir denn da? Da haben wir... Schreiben wir einfach Korallen drauf. Genau. Korallen. Das ist aber kein... Das ist ja Aluminiumoxid. Gold. Gold. Das passt. Uran. Aluminiumoxid kommt gleich mit. Boran. Okay. Graz. Leer. Wirklich leer. Nochmal Aluminiumoxid. Gas. Wasser. Batterie. Da haben wir einen Computerchip da rein. So. Aluminiumoxid. Daher. So, jetzt haben wir da einen. Da können wir das ganze Raser und Silikon reinhauen. Raser, Silikon. Okay, so. Da halten wir noch einen. Das ist jetzt mein Diamant. Diamant. Titel. Ähm. Ähm. Titan. Und das wird nur ein gefürchteter Diverser Ordner. So. So. Da kommen Geräte rein. Dann möchte ich jetzt noch was ausprobieren. Genau. Genau. Das bringt nämlich jetzt gar nichts mehr. Okay. Ähm. Also noch mehr. Oh Mann. Na komm her. So. Ähm. Wo ist das Diverser gewesen? Aluminiumoxid. Ich hab kein Silber mehr. Diamant. Ich hab auch kein Kupfer. Titan. Fasern. Silikon. Karz. Salz. So. Da ist echt nur noch das drin. Das ist leer. Machen wir da die Nahrung draus. So. Ein paar Wasser hab ich mir mitgebracht. Die erste Hilfe Päckchen kommen auch da rein. Das kommt da rüber. Das kommt zum Quarz. Das kommt zu den Batterien. Und dann. Nahrung. Außerirdisch. Dann kommt da rein. Fertiges. So. Da kommt. Energieren. Und wir sind fertig. ordentlich ja, mit dem 90 Club bin ich noch nicht so ganz zurecht gekommen das zeigt es mir jetzt ja gar nicht an weil jetzt habe ich ja mehr Energie als ich haben sollte 90%, okay machen wir noch eine Runde mit dem Zyklub warum kann ich nicht nach hinten raus oh, weil ich zu hoch bin was war nicht in deinem Tour drauf Moment das ist neu ich war doch da schon x-mal das gab es da vorher noch nicht eine erste Hilfe nehme ich noch mit und eine Batterie nehme ich mit mal schauen ob das geht ist wieder nur ein Ankunftspunkt wenn ich das richtig sehe da gibt es wieder nichts zum aktivieren das ist ja cool ich habe auf diesen Würfeln so oft geschaut ja, Mann, duke das ist ja nicht schnell sehr gut was hält? okay da ist aber nichts drauf da ist aber nichts drauf ach, das dritte ist überhaupt neu da unten das waren ja nur zwei das da herumschwimmen ist auch relativ neu das da herumschwimmen ist auch relativ neu oh Gott bei diesen abgedeht gab es hier übrigens nichts Neues musst du das nicht nochmal aufmachen? gut, die haben wir jetzt neu einfach so offensichtlich versteckt vor deinen Augen quasi haben wir da unten noch Sandstern? oh das ist was zum Scannen Aszyklop Sandstern Asalt da gehe ich nicht ohne Schiff rein brauche ich es lang das haben wir zwar auch schon aber Titan können wir ja auch brauchen ich bin schon weg hab mich gern 170 Meter das ist nur was sollt jetzt hatte ich endlich das andere Tor offen jetzt kommt da schon wieder so eines ist ja echt, ähm, ja 100, 100, neu so, komm her, du bist voll ja da hat jetzt etwas mehr Frist da haben wir einen Diamant da Titan und Silber kommt da ran ist halt erstmal die Verses so von 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das ist, glaube ich, Silber und zwar viermal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das haben wir ja alles. Ne, den haben wir auch noch nicht. Erweiterter Kabelsatz. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Ein Schildgenerator. Erweiterter Kabelsatz. Also ich brauche jetzt Kabelsatz und erweiterter Kabelsatz. Ich habe es befürchtet. Zweimal Gold und Computerchip. Das haben wir aber sogar. Computership. Und Gold ist ja kein Problem. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir das bauen? Ich glaube, ich weiß schon, wo. Da vielleicht. Ja. Energiezelle und Uranitkristall. Energiezelle. Haben wir noch eine mit 0%? Ja, die. Und Uranitkristall. So, dann gehen wir wieder da nach hinten. Und bauen das einmal. Jetzt haben wir einen Schildgenerator. Ups. Nein. Was habe ich jetzt weggelebt? Ich weiß es nicht, aber ich bin gerade nicht im Spiel, so. Jetzt aber. Das gehört jetzt wieder zu den Zusatzmodulen. Genau. Was haben wir da momentan drinnen? Und dann? Erzeugt ein temporäres Kraftschild um das Tauchboot. Und macht es kurzzeitig unverwundbar. Das klingt ja schon mal nach... Gut. Das klingt nach... Können wir brauchen. Dann schauen wir uns jetzt an, wie das hier ausschaut. Und jetzt müssen wir was ausprobieren, nämlich, ob das... Bin ich eigentlich? Keine Ahnung. Ich bin gerade nur runtergegangen, glaube ich. So, ich will jetzt mal sehen, wie das ausschaut. Ich das? Hier tue ich das nicht, das Feld. Aber da sehe ich es. Okay, das ist wirklich sehr kurz. Aber es funktioniert. Eigentlich wollte ich ja den Torpedoschacht machen. Aber wenn ich das richtig sehe, geht es ja eh nicht mehr, weil wo sollte ich es dann reintun? Um die Triebwerkseffizienz zu erhöhen, das ist wichtig. Den Druckkompensator brauchen wir sowieso. Und die Feuerlöschanlage ist eigentlich auch gut, oder? Was haben wir noch in Upgrade-Möglichkeiten auf der Zyklop jetzt? So. Ich bin begeistert. Ja gut, ich könnte es gegen... Ich bin begeistert. Und ich habe Hunger. So, und jetzt habe ich noch Durst. Vom Knollenbäumchen. Gib mir was zum Trinken. Ich finde es schön, dass die Zahlen noch in Absolut dargestellt werden. Ja, was soll's. Also, dass dann kurz auch die Werte dastehen. So, schauen wir mal die Kartoffel. Genau, da kann man sich gleich wieder einpflanzen. Und da essen wir einen. So, jetzt sind wir satt. Wollte schauen, was das da unten ist, aber ich gerade nicht sicher weiß. Ach, geh mal mit dem Plananzug da rein. Nehmen wir uns was zum Trinken noch mit. Den Uran, gehen wir da weg. Brauchen wir nicht mehr. Energiezelle, Energiezelle, Energiezelle. Gut. Da ist schon wieder eine voll. Mal's nur noch voller? Sehr gut, dann ist es mir egal. Dann kommst du auch mit. Sicher ist sicher. Loops. Da. Gold. Uran Ah, nix, ich hätte mir gedacht, das ist wenigstens basalt Könntest du offen zum rollen, du Silber So, dankeschön Lithium, nimm auch mit, haben wir nicht auch keines mit da Das ist wieder Uran, da oben ist auch ein Sandstein Ja, dann fall doch einfach am Boden und ich heb dich dann auf Obwohl Gold ist, mag gar nicht wurscht So Zium Alt Brauche ich nicht Uran brauche ich auch nicht Dann fern wir die auch noch durch, aber es wird alles Gold und Ja, Diamant, gut, können wir mitnehmen Gold Gold Finde ich auch Gold Nur ein Diamant, gut, auch egal Da haben wir noch einen Sandstein Den will ich haben Nein, nein Na gut, den haben wir Also einen erweiterten Kabelsatz können wir uns bauen Ich habe schon einen Schrank voller Gold Ja, wenn wir das Gold ausgetürft sind wir können Vorher nicht Nein Ich gehe gleich runter und hole mal es von unten Und das noch Das nicht Und dann holen wir uns unten die zwei Da holt das Gold, was ich nicht haben wollte Wo sind die zwei Silber hin Da liegt ein Lithium Da holt eines Wo ist das zweite Silber? Ich weiß, dass ich hier zwei runtergerollt habe Ich möchte also auch zwei finden Ach, du willst mich doch ärgern Du weißt, dass ich noch eins brauche für einen Kabelsatz Ich weiß, was ich nicht Ich weiß, was ich nicht die Tieren im Haus gut damit fällt mir immer noch ein selber ich bin zu blind oder das hat sich irgendwo rein verpackt das klingt nach meinem Liebling wie ist das wenn man die Textur jetzt noch nicht erkennt von den Dingern? nach Magnetit ist das ok da jumpen wir mal hoch vielleicht finden wir nochmal Silber wäre schön wenn ich nicht immer aufs letzte Silber arbeiten müsste und für Kupfer müssen wir echt immer runter das ist cool gut sehr gut noch ein bisschen Magnetit mal nehmen Lithium alles wenn wir nicht zu 100.000 Mal haben können wir gerne mitnehmen da ist noch Sandstatt das will ich haben oh immerhin haben wir doch ein bisschen Silber gefunden Magnetit ja gut ich weiß zwar nicht ob man den jetzt mehr braucht als früher aber wenn man jetzt Ionen-Kristalle also wenn man das ganze Zeug jetzt bauen kann ich brauche natürlich den richtigen Arm für einen Anzug oh oh lass mich in Frieden du willst nichts von mir du willst nichts von mir ja ähm ja dummdi dumm ich hasse es mit dem Ding einzupacken ach achso ich darf ihn noch nicht einparken sonst kommen wir wieder nicht ans Lager ran jetzt darf ich gut nein 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 Mist ich hab einmal zu loslassen ja ich hole mir den gleich weiter runter so 100% gut einmal nach oben bitte äh sehr gut irgendwann lerne ich das auch noch irgendwann so divers ist aber noch Silber drinnen wir brauchen zwei Kabelsätze, oder? zwei Kabelsätze, genau ja also nur Kupferdraht den Kupferdraht haben wir sogar der müsste wo habe ich denn den jetzt rein dann ach da ach da okay also zweimal Kabelsätze das so ein Küderschaft so Nein, das ist keine Erweiterung. Doch. Ach, dann gehen fünf da rein. Okay, das ist aber wirklich Erweiterung. Das ist nur die Frage. Machen wir es mal so. Okay, ich fürchte, ich muss mir angewöhnen, wenn ich die Zyklop verlasse, die Triebwerke auszumachen. Also, weil die sind ja schneller leer als sonst was. Gut, ich muss halt wirklich Energiezellen bauen. Kupfer, Kupfer, also gut, jetzt gehen wir mal Kupfer holen, das geht ja nicht anders. Dann habe ich schon eine andere Idee und zwar möchte ich jetzt endlich mal den richtigen anzukommen. So, Diamant haben wir aufgenommen. Gold haben wir auch eines aufgenommen. Silber haben wir sogar noch drei. Silber und Lithium. Magnetit. Oh, das ist voll. Cool. Brauchen wir Kisten. Nickel habe ich einmal aufgenommen. Wo habe ich Nickel gefunden? Und bei Geräten kommt einmal das rein. Und wir fahren jetzt erst einmal nach oben. Ja. Ahead, standard. Warning. Calclet. Ahead, flanked. Emergency speed. Uh-huh. Warning. Engine overheat. What are you? Das war das. Warning, engine, overheat. Warning, engine, overheat. Man, man, man. Das ist jetzt fies. Achso, doch, ich habe mein Feuerlöschsystem noch. Fire, neutralization system active. Ring for Simon, run. Ich komme der Zyklop jetzt nicht mehr sehr weit. Ups. Ich bin ja gar nicht nur noch am achten auf irgendwas. Sehr gut. Ja, das war schon sehr schön. Oh man. Warnung, creation attack. Ich habe aber keine Ahnung, was mich da eigentlich angrabst. All that engine overheat. Immerhin, mein Schiff lebt noch, brauche Kaffee. Und euch sage ich bis morgen. Tschüss, tschau. Und ich muss da jetzt die nächste Energiezelle auf Lanz. Es geht ja meistens gar nicht so. Also bis morgen. Tschüss.